Und weiter geht's mit Prinz of Persia. Da rennt wieder unsere Lederfrau. Bitch! Mann, hat die zwei große Dinger. Also, natürlich war das jetzt auf die Schwerter bezogen. Vermutlich holt sie Verstärkung. Die hat schon Verstärkung. Und weiter geht's mit Metal! Oh! Oh, fuck. Das ist jetzt echt krass, dass ich keine zweite Waffe habe. Weil da hinten ist ja unser Freund zensiert. Das darf ich nicht zeigen. Hey, Mann. Ah, fuck. Das ist echt blöd, Mann. Ich hab keine zweite Waffe. Ähm, das sind jetzt Tussen. Also, ihr kennt sie natürlich aus Sands of Time. Aber, ich denke, hier ist das allerselbe Problem. Man kann nicht ausgespringen wie beim blauen Typen. Aber Kombos gehen ganz cool. Und greifen könnte sie. Nur nicht drüber springen. Greifen könnte sie, aber nicht drüber springen. So. Junge, Frau, du hast ein Problem. Oh, fuck. Das darf ich doch nicht zeigen hier. Zack, du bist tot. Ah, so. Ah. Mann, pure Brutalität in dem Game. Ich find's teilweise witzig. So, aber da ich im Deutsch nicht will, hol ich mir das interessante Schwert. Oh, na, das ist sogar ne Axt. So, natürlich immer aufmerksam bleiben, wo Kisten sind. Und da ist natürlich schon eine. Die vergessen viele Leute, weil sie direkt weiter wollen. Oh, du bist gar keine Kiste. Ah, doch, du bist eine Kiste. Du warst nur etwas black. Black Power, bam. Jetzt habt ihr's. So, an sich müssen wir hier hoch. Und ich hab keine Ahnung mehr, wo es so richtig lang geht hier. Gut, da geht's hoch, natürlich. Falsche Richtung, aber man kann die mal umdrehen in der Luft. Hier bin ich ein bisschen gesperrt nach links, aufgrund der Lampe. Aber da oben wartet ja schon ein Gegner. Der zeigt mir auch mal schön, wo es lang geht. Natürlich zeig ich ihm eigentlich, wo es lang geht. Hey, hey, Gaylord. Für Sparta. Hm, ich könnte mal irgendwann ne neue Kombo ausprobieren. Balkenlehrkunde, ja, nice, richtig nice. So. Ein Mensch, kein Gegner für uns. Äh, doch. Bam. So. So. Das war jetzt die Wandakrobatik. Alter, lass mich mal in Ruhe. Sorry, da regt mich jetzt gerade echt auf. Warum treffe ich nicht? Alter. Ihr habt euch heute viele Feinde gemacht. Das wäre jetzt auch more cool. Der hat weitergeredet, obwohl er schon eigentlich den Kopf abhatte. Das beweist, dass Zombies nicht mit Lunge reden müssen. Beziehungsweise, dass sie Luft brauchen, um zu reden. So. Ich denke, hier gibt es einen schönen Wandsprung. Und das hier ist leider ein bisschen verbuggt. Ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen. Meine Energie ist ein bisschen low. So. Aber am besten, wenn eine Tusse allein ist, einfach würgen. Dann entwaffnet ihr sie ja gleichzeitig. Und sie ist tot. So, das ist es praktisch natürlich am Würgen. Es geht meistens nur, wenn ihr allein seid. Huch. Frame-Absturz. Weil anders stören euch eben andere Gegner. Und das ist extrem ärgerlich. So. Darüber. So. Der nächste Gegner wartet auf uns. Haltet ihr, Adrien? Haltet ihr, Adrien? Sorry, das ist so ein kleiner Reflex, wenn ich so einen Typ erlebe. Dass ich den einfach automatisch enthaupten muss. Weil, das ist tausendmal einfacher. Ihr habt es erlebt. Vorhin habe ich auf ihn eingeschlagen. Es ging nicht. Also, ich habe sehr lange gebraucht für ihn. Aber jetzt einfach nur irgendeine Klinge auf ihn werfen. Und zack. Kopf ab. Ninja Browd. Ninja Browd. Ninja Browd eigentlich. Er mögt Schmerzen, nicht wahr? Ich habe einen Ständer. So. Das ist jetzt ein bisschen anders. Gegen die Tussen. Müsst ihr Reaktion beweisen. Komm. Huah. Zack. Also, wenn sie auf euch zukommt, einfach springen. Und dann. Zack. Ab geht's. Huah. Chick. So, auf dich habe ich echt keinen Bock. Zack. Ah. Das war eigentlich blöd. Ich hätte die Waffe gebrauchen können. Fuck. Naja, egal. Wieder einen schönen Wandsprung wie vorhin. Und dann geht's hier weiter. Genau für den hätte ich die Waffe gebrauchen können. Und erst recht für die. Endlich. Erst ruhig. Chick, lass mich mal allein. Denn wir haben jetzt einen Schildern Doggy Style. Teil. Ah. Ne. Ja. Oh. Tschau. Tschä. Wow, wie die Brüste wackeln. Dafür gibt's einen Daumen hoch. Oh ja. Ja. So. Das hier ist ein bisschen beschädigt. Aber da können wir noch nichts machen. Ist blöd. Leider. Hm. So. Weiter geht's. Hier rüber. Ich meinte. Ähm. Ich meinte. Hier rüber. So. Ja. Danke. Oh. Wieder ein Schick. Ah. Ja. Ich muss nicht unbedingt Zeit zurückdrehen. Aber ich hab keinen Bock. Ich hab eh schon Lowlife. So. Manche Leute würden jetzt direkt an den Schalter hüpfen. Und dann rüber. Direkt. Ähm. Oh fuck. Hoffentlich treffe ich beide. Der Schmerz ist... Gut, dass das jetzt nett gesagt wurde. Denn das ist ein... Oh Gott. Aua. Schmerz ist so ein überwältigendes Gefühl. Äh. Ja, natürlich. Bist du tot? Danke. Oh mein Gott. Wir brauchen unbedingt. Wirklich unbedingt. Einen Brunnen. So. Ich wäre nämlich jetzt fast... Hätte ich einen Fehler gemacht. Und wäre direkt da in die Fahne gegangen. Dann wäre ich runtergerutscht. Und hätte müssen alles nochmal machen. So ungefähr so. Das war nämlich eine optische Täuschung für mich. Ich war so dumm. So. Wir gehen eigentlich weiter. Ich hätte können direkt ran. Aber. So. Gut. Wir brauchen einen Brunnen. Schleunigst. So. Was ist hier los? Hier. Ja. Gehen wir mal hier runter. Springen schön von der Fahne ab. Ich war etwas irritiert, weil da oben einfach noch Fahnen sind. Aber. Moment. Da will ich jetzt echt mal gucken. Nein. Die Map will ich nicht. Okay. Das ist die andere Perspektive. Ich weiß natürlich nicht, ob da oben etwas sein könnte. Ich denke nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommen kann. Oh. Die Musik ändert sich ein bisschen. Und weiter geht's hier. Zack, zack. Jetzt stehen bleiben. Zack. So. Schliffen, schliffen. Blablab, blab, blab, blab. Sehr wichtig. Jetzt will ich hier speichern. Zack. Ja, ich möchte das überschreiben. Gut. Dann gehen wir... Hm, was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Okay. 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 Und da war eine Kiste. Die natürlich nicht vergessen. Oh, Bitchfight. Geil. Lesbienfight. Oh, yeah. Lack und Leder. Hilf mir! Wie heißt das so schön? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Oh. Lack und Leder. Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Dam, dam, dam. So. Aber die Kisten natürlich nicht vergessen. Ich wüsste auch nicht mehr, wie man sonst da dran kommt. Hä? Okay, gut. Das wusste ich jetzt eigentlich nicht. Wir holen, meinetwegen. Das war jetzt echt seltsam. Das wusste ich nicht. Fuck. Hm. Okay, gut. Machen wir weiter. Oh, Bitchfight. Da, 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 da. Weiter. Ja, ba, 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 la, 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 la. Das macht ausnahmsweise nicht dich. Das ist wirklich mal im Spiel drin. Jo, klar. Ich muss ein bisschen ablenken. Immer. Komm. Komm, Bitch. Ey. Lass-i-in. Wollte ich ihm sagen. Lass-i-in Ruhe. Ah, Mann. Ich bin so scheiße dumm. Und so scheiße gleichzeitig. So, jetzt. Jetzt versuch's. Jetzt ist sie ein bisschen abgelenkt. Wenn sie jetzt nochmal runterfällt, kann... Okay, gut. Das ist anscheinend. Ab einem gewissen Radius, wo ich weggehe. Gut, an sich würde ich sagen, war's das. Ich hab jetzt ne dumme Erkenntnis bekommen, dass ich da nicht direkt hin kann. Aber den Bitchfight... Natürlich in die andere Richtung. Den Bitchfight machen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann, Leute. See ya. Also bis dann, Leute. 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 Vielen Dank.